Welche Botschaft möchtest du unseren Fans noch mitgeben? Hallo, grüß euch! Es würde mich freuen, wenn ihr uns am 25. März gegen die Raiders unterstützt. Das wird das größte und spektakulärste Spiel, das seit extrem langer Zeit auf oberösterreichischem Boden stattgefunden hat. Und es würde uns echt freuen, wenn ihr da zahlreich erscheinen werdet. Danke! Vielen Dank!